Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlachtmittele 2. Jetzt mal hier stehen geblieben, das machen wir natürlich in Echtzeit im Ringkrieg hier. Theodin auf Dol-Gul-Dul-Lam, nein, äh, wie heißt die Karte? Ähm, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Festungskarte. Und da muss man schauen, weil es sind nämlich zwei Gegner. Und wir sind jetzt nur mit Theodin da. Der ist natürlich voll besetzt mit den ganzen Truppen. Ist aber schwierig, vor allem weil das eine Festungskarte ist. Nun ja. Und nicht gerade die... ...kleinste. Orks-Männer! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen! Reiter der Rittermark! Wo sollen wir bauen? Wer braucht einen Baumeister? An die Arbeit, Männer! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen! Möget ihr am heutigen Tage tapfer kämpfen! Oh, Baumeister auch gleich aufleveln, oder? Ha, ha, ha! Also der Ort, wo wir rauskommen, ist jetzt auch nicht so praktisch. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Vorwärts! Ach, gib du Ruhe! Hey, 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 hey! Ich glaube, ich spinne. Pflanzenträger her. Wir müssen Kaffee als eure Häuser! Lasst die Nixer-Rank-Korso an mir bauen! Die Gehörer werden angegriffen! Sie greifen wieder! Abstand halten! Soldaten, bereit machen! Wir feiern dich unter uns, leider! Würge dies ihr Ende sein! Auf in den Kampf, Herr! Die ist war jetzt nicht so gut. Soldaten! Kämpft weiter! Die Kaserne ist fertig! Bleibt standhaft! Haltet sie auf! Wir haben viel zu tun! Ich hasse es, wenn sie ja mit, ähm, Bogenschützen ankommen. Habe ich jetzt einen Hunzenträger? Habe ich, perfekt. Feuer frei! Sie greifen die Gehörter! Macht euch Kampfbereit! Wir haben eine neue Kaserne! Jetzt, sie haben angegriffen! Wir müssen sie zurücktreiben! Schwerter! Darf sie in den Abgrund! Vernichtet den Feind! Bleibt wachsam! Ja, hallo? Feuer frei! Ich glaube, die Kanker habe ich erwischt. Reiter Rohr, Arns! Was sollen wir tun? Hier entlang! Ein guter Schießstand! Angriff! Bleibt wachsam! Wir haben die Kaserne verbessert! Wir brauchen einen Baumeister! Oh, oh, oh! Schnell zurück! Weitläufer! Ich greife ihn an! Seid vorsichtig! Habt ihr etwas gehört? Ruhig, Männer! Irgendwo muss die jetzt hier rauskommen. Ich tippe meine Daten. Beide los! Ganz knapp. Mist. Pfeile bereit machen! Dann werden wir zuerst uns um den anderen kümmern. Ist ja wurscht. Haltet die Augen offen! Bisschen geht er mir scharf und sagt, dass er hier andauernd alles zerstört. Unser Land wird belagert! Bringt die Pferde in die Stelle! Wir haben viel zu tun! Unter einem der Habender Schwanstuhl ist unterwegs! Wir können nicht noch mehr Soldaten bewegen! Ich hab ihn! An die Arbeit, Renner! An die Arbeit, Renner! An die Arbeit, Renner! Schaut euch um mich, meine Freunde! Was soll ich bauen? Los, an die Arbeit! Aufpassen! Werft sie nieder! Macht euch kampfbereit! Wir greifen an! Nicht nachlassen! Vögeln! Da ist euer Ziel! So, auf jeden Fall, wir müssten uns bald alle, weil zumindest ein Teil der ganzen Baum ist da kaputt gemacht haben. Schwerter Blockformation! Fürchtet keine Dunkelheit! Werkzeug bereit! Ihr Feind! Entdeckung, Männer! Gut, haltet die Augen offen! Bleibt wachsam! Hier wären wir fertig! Macht euch kampfbereit! Wo laufst du denn? Oh Mann, jetzt hat er die wieder im Stich gelassen. Wahnsinn! Nicht aufgeben! Die Verschau soll beginnen! Als König Rohrheis gewähre ich euch meine Gunst! Ha, Stufe 5! Zerschmettert dies Übel! Unsere Truppen werden angegriffen! Das Gebäude ist bereit! Leise jetzt! Leise! Werkzeug bereit! Werft sie in den Abgrund! Das Gebäude ist fertig! Möge dies ihr Ende sein! Lasst uns reiten! Soldaten, bereit machen! Wir haben den Schiffstand ein rumreicher Tag sein! Ich werde wahrscheinlich flüchten müssen mit Theoden. Auf, auf! Wir reiten mit Lennich aus der Fall! Nenn dich an der Sitzel! Schwerter! Dies Land gehört uns! Hier wären wir fertig! Vorwärts! Was soll ich bauen? An die Arbeit, Männer! Das geht hier nicht! Fürchtet keine Dunkelheit! Weitläufer! Fick dich! Fick dich! Lass du meinen Theoden in Ruhe! Vorwärts! Bleibt wachsam! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen! Schnell jetzt! Schwerter! Die Heerschau soll beginnen! Da sind sie! So, nicht mit mir! Ritter der Weißen Stadt! Die Stunde ist gekommen! Weiter! Das Gebäude hier wird fertig! Vorwärts! Macht euch kampfbereit! Soldaten, bereit wachs nicht von mir! Wieso ist der jetzt gefallen? Meine Fressfresse! Also da fällt mir nichts mehr dazu ein. So behindert kann er auch nur eher sein. Schwerter! Reitet hinaus! Vorwärts! Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Ja, die sind halt sehr stabil gegen Pferde. Macht euch kampfbereit! Dies Land gehört uns! Aufschließen! Attacke! Wir haben das Weitläufer! Vorwärts! Wir kämpfen für Gondor! Wir müssen sie zurückleiten! Kämpft weiter! Ritter der Weißen Stadt! Attacke! Was soll ich bauen? Ja, das könnte jetzt ein bisschen blöder ausgehen. Ich werde mal einen Schatz da oben holen. Für alle Fälle. An die Arbeit, Männer! Ein guter Baupferter! Seid bereit! Oh, jetzt gehen Feuerpfeile. Weiter so weit, Läufer! Aus dem Weg! Die werde ich dann wahrscheinlich für die da einsetzen. Macht euch kampfbereit! Unser Baumeister wird bedrängt! Wo wird jetzt wieder mein Baumeister bedrängt? Was soll ich bauen? Macht euch bereit! Wir müssen einsetzen bereit! Was soll ich bauen? Wir haben angegriffen! Haltet die Augen offen! Reiter! Legt es in Schutt und Asche! Werft sie nieder! Das ist für eure Freiheit, Männer! Haltet sie auf! Sieht euch die Augen... Wo ist es der Baumeister? Da ist er! Das Gebäude ist fertig! Alle Mann, vorwärts! Dies Land gehören wir uns! Sie können ihn halten! So, wunderbar. Soldaten Gondors! Sie etwas gehört? Seid bereit! Seid bereit! Ich werde dann mal mit den anderen da oben wahrscheinlich die Festung angreifen. Ein Feind ist geschläger! Holen wir sie uns! Reitet! Macht euch bereit! Haltet die Augen offen! Werkzeug bereit! So, bloß blöd, dass ich mit Theoden die Drumreihe angriffen nicht machen konnte. Mit den Pferden. Das ist nämlich immer sehr geil. Grundsätzlich. Da! Holt ihn euch! Reißt alles nie! Die Planken auf! Was soll denn der... Willst du mich jetzt verarschen oder sowas? Ritter der Weißen Stadt! Der Feind ist nicht fern! Der Feind! Entdeckung, Männer! Gondor darf nicht fallen! Werft sie zurück! Da! Holt ihn euch! Zielt! Formiert euch, Ritter! Wahnsinn! Wie gut der das Ding baut, das ist krass. Das geht fast nicht kaputt. Werft den Feind nieder! Reitet hinaus! Das Gebäude ist bereit! Bleibt wachsam! Attacken! Wir wären jetzt fertig! An die Arbeit, Männer! Wo sollen wir bauen? Ich frage mich gerade, wenn man hier das machen würde. Man kann die gegnerischen Sachen nicht heilen. War ja klar. Reise jetzt! Reise! Lasst sie nicht herankommen! Nicht aufgeben! Kämpft weiter! Es ist so weit! Zieht eure Schwerter! Ja, das war ganz gut mit dem Tom Bombardille. Weil, dann kann er sich darauf konzentrieren und fällt immer wieder um. Ja, damit geht der Held natürlich drauf. Aber gegen Gebäude ist halt der Tom Bombardille nicht so prickelnd. An die Arbeit, Männer! Aber gut. Denn er ist der Armeister! Wenn der jetzt da drüber läuft, glaube ich, macht der den sofort kaputt. Bing! Hä? Also bei mir macht der den... Also wenn ich... ... mit dem Baumeister da bin, macht der wird der mir sofort kaputt gemacht mit so einem Tom Bombardille. Ach, einnehmen kann der auch nicht. Was soll denn der Scheiß? Männer, Gondor! Wir wären hier fertig! Wir müssen uns beeilen! Wir sind außer Reichweite! Formiert euch, Ritter! Alle Mann, vorwärts! Aufpassen! Feuer frei! Macht euch kampenbereit! Dieser Vorposten könnte wichtig für uns sein! Ja, die Katapulte da oben sind jetzt nicht so prickelnd. Sie haben viel zu tun! Reiter! Formiert euch, Ritter! So. Die Turbogen sind ja an sich ganz nett, immer. Aber sie sind halt so scheißlangsam. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir da durchbrechen. Da komm ich leider nicht durch. Nicht so ganz so prickelnd. Wir kämpfen für Gondor! Macht eure Waffen bereit! Was sollen wir tun? Wir haben die Stallungen verbessert. Wir haben die Kaserne verbessert. Kommt bereit! Wird erledigt! Das Gebäude ist fertig! Wer braucht einen Baumeister? Ja, die ganzen Baumeister... äh, die ganzen Volksfeiler hier. Ja, die gehen jetzt drauf. Wir werden angeglassen! Lass sie nicht herankommen! Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Macht euch kampfbereit! Vorwärts! Auf jeden Fall werde ich mal hier ein bisschen was nachstellen. Die Rohirrim sind ja eigentlich schon scheißteuer. Bleibt wassam! Das Gebäude hier wäre fertig. Bleibt wassam! Ritter der Weißen Stadt! Sie sind außerreich worden! Aber wir dürften durchbrechen. Das dürfte funktionieren. Soldatenbataillon Einsatmärmung! Schon mal ganz nett. Wir müssen kämpfen! Wir kämpfen für Gondor! Wir kämpfen für den Ruhm Gondors! Mach den Bauplatz frei! Der baut sich da immer wieder auf. Wahnsinn. Wie er sich da... Wie er sich bloß nicht schämt, da immer wieder rauszugehen. Das ist einfach nur eine Frechheit. Ich werde halt... Ich werde irgendwie halt nie so ganz schlau aus seinen... Aktionen von der KI... Die ist ja so teilweise so unlogisch. Sie haben angegriffen! Haltet nach dem Feind Ausschau! Ritter der Weißen Stadt! Attacke! Weiter! Die ganzen Katapulte gehen mir ziemlich auf den Sack da oben. Turmwachen! Wir sind bereit zu kämpfen! Formiert euch, Ritter! Hier wären wir fertig! Haltet die Augen offen! Mutig voran! Ritter! Vorwärts! Reiter! Auf! Vorwärts! Mal vorauszusehen, dass er das macht. Unser Land wird belagert! Ihr Feind! Formiert euch, Ritter! Der Weißen Stadt! Der Sieg ist unser! Ja, da kommt er nicht hin. Blut! Wir haben viel zu tun! Ein guter Bauplatz! Reiter der Mark! Formiert euch, Ritter! Ah, das haben sie immer noch nicht verstanden. Immer mit dem Reiter der Mark. Wir haben den Euro immer noch. So, der müssen wir jetzt noch kaputt machen. Und der ist da. Wunderschön! Ich werde es vielleicht mal heilen. Perfekt. Sie haben angegriffen! Ja, dass er sich da immer wieder aufbaut, verstehe ich nicht ganz. An die Arbeit, Männer! Gehen wir! Wenigstens kann er jetzt bald keine Dinger mehr bauen. Ähm. Wie heißt es? Baumeister? Wir haben die Schmiede verbessert. Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Wer braucht einen Baumeister? Schmiede verbessert? Sehr gut. Ritter der Weißen Stadt! Legt es in Schutt und Asche! Lass sie nicht vor! Turm weg! Machen wir das noch kaputt! Das Gebäude ist breit! Wo sollen wir bauen? Sie fallen über den Baumeister her! Na, das lohnt sich nichts. Aber gerade bald kann ich den Turm beim Badil, da kann ich mich da retten. Sie greifen das Lager an! Die geschmiedeten Klingen sind fertig! Der Feind! Entdeckung, Männer! Schmiede! Hehehehe! Habe ich gerade noch richtig entdeckt, dass ich den noch gerade reparieren kann. Perfekt. Schaut, dass man beim Umschmeißen keinen Schaden macht. Oder fast keinen. Da müsste ich jetzt auch bald durchbrechen. Man kriegt echt verdammt wenig Rohstoff in. Das selbe Stiefel hat er. Wir haben die Schmiede verwendet. Formiert euch, Ritter! Wir müssen sie zurückbleiben! Hier wird er. Werft den Feind nieder! Was soll ich bauen? Wo sollen wir bauen? Wird erledigt. Die schwere Rüstung ist fertig! Turmwachen! Weiter! Männer Gondors! Die kann ich natürlich noch mit Flammenfallen aufrüsten. Das finde ich auch immer sehr geil. Aber es hat nicht sollen sein. Aber zumindest ein Teil konnten wir aufrüsten. Auch gut. Wir haben also das da auch erledigt. Das ist genau das, was ich meine. Diese Gondor-Soldaten, die nichts können, kann ich nicht rausschmeißen. Und stattdessen kann ich... Okay, sind die einzigen. Dann habe ich nichts gesagt. Alles klar. Wir haben Gondor befreit. Wir haben auch fast alles erobert. Das fehlt da oben noch. Ich weiß bloß nicht, für was Eriador gut war. Ja, die haben... Ne, ich dachte grad, wir hätten sie aufgeteilt. Aber nein, haben wir nicht. Hier können wir jetzt halt perfekterweise... Da reinlatschen mit allen Helden und die fertig machen. Da habe ich jetzt im Grunde das umsonst gebaut, weil ich... Eowyn machen konnte. Joa. Ansonsten werde ich mal da hinlatschen. Da hinein. So. Da hinein. Ein bisschen was herstellen können wir jetzt auch mal. Das ist im Grunde aber die Garfunktion eigentlich komplett überhaupt nicht gebraucht. Aber gut. Das lass ich mal so stehen. Nun gut. Ich glaube... Die Zeit ist jetzt eh schon um. Wir werden aber, denke ich, mal noch schnell speichern und schauen, was passiert, wenn wir jetzt auf... Phase-Bände drücken. Weil ich möchte wissen... Wo die hinlaufen werden. Mhm. Da werde ich Echtzeit machen müssen. Den Kampf, den kann ich... Eigentlich... Automatisch laufen lassen. Ja. Passt. Ich habe nur eine einzige gefallene Einheit. Okay. Ich hatte nicht mal die Verstärkung reinlatschen müssen. Da hinten, den Kampf werde ich mal auf Echtzeit setzen. Später. Und das da... Auch Echtzeit. Das heißt... Wir sehen uns dann... In der nächsten Runde wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.